Ein fluschiges Hallöchen Leute, ich bin's, euer Flushy Zockt und herzlich willkommen zu meinem neuen Part von New Super Mario Bros. DS, The Next Levels. Ja Leute, ich hab Bock mal meine Levels wieder zu zocken und ja, es geht jetzt mit Welt 1 Level A los, mit dem Spezial Level. Leider hab ich es nicht im letzten Part geschafft und ja, es ging ja wegen der Zeit und ja, so ein Up hab ich nötig, weil ich seh grad, ich hab nur 3 Leben, Leute, also naja, hauptsächlich verkacke ich nicht die Leben, weil, naja Leute, ich hab noch, wie soll ich sagen, ich hatte das noch aufgenommen, aber ich hab's leider verkackt, weil, naja, ich hab es noch auf, aber es ist, ich versuch grad einen zweiten Versuch und ähm, naja Leute, ich bin irgendwie am Zittern, ey, dass ich wieder verkacke und wieder von vorne anfangen muss und ja, das läuft ja, ein Up, Leute, ich hab's nötig, yes, I got it. So, ja, es ist schon übertrieben, ey, diese ganzen Blubberbläschen, oh Leute, scheiße, 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 boah, Mann. Hm, okay, ja, ich hab nur gespammt, ich hab echt nur gespammt, ey, scheiße, aber ich muss da durch, so, ja, ich seh grad, dass ich ne Feuerblume hab, Leute, das, ähm, nutz ich mal schnell. Nein, nein, scheiße, fuck. Ja, zum Glück bin ich, ähm, am Midwaypoint, weil das, boah, Leute, ich hätte sonst durchgedreht, ey, also, naja, Glück um Unglück, würd ich mal sagen. Läuft bei mir. Boah, Leute, ey, was läuft, ey, ich weiß nicht, also, ich hab echt gespammt mit den, also, hier kommen halt im Unterwasserlevel halt diese grünen Fische vor und, ja, es ist, wie soll ich sagen, ähm, naja, ja, ich hab das schon ein bisschen extrem gemacht, für euch auch, also, naja, es ist, das Speziallevel, da muss man halt was anderes erwarten und, ja, bis auch extrem, so, dass es wirklich, halt, ähm, ja, ich hab mir halt so ausgedacht, so, also, ich hatte es wirklich schon im Kopf gehabt, so, dass ich das so designen will und, ja, die grünen Fische sind halt wirklich, wie soll ich sagen, ähm, halt, die Bekannten halt im Level, so, jetzt soll ich mal hier die roten Minzen sammeln, Leute, scheiße, okay, einen ab, yes, yes, komm, boah, wie geil, so, mir fehlt noch die letzte Starcoin, Leute, ähm, ich, ähm, ich, ähm, hab im Kopf schon, wo die ist, also, ich weiß schon im Kopf, ähm, ja, das müsste halt wahrscheinlich draußen, also, wenn ich jetzt von unter Wasser jetzt halt wieder, ähm, wenn ich unter Wasser wieder, so, jetzt geh ich einfach mal oben, wieder, so, da ist die, scheiße, fuck, na, super, so, hab ich nicht, ähm, geplant, das, das versauer, verdammt, naja, also, eigentlich kann man locker die Sternmünze, schon schnappen, aber, naja, ich hab's versaut, jetzt kann man leider nicht, jetzt kann ich leider, oh, Plattform ist wieder da, zum Glück, ja, endlich, jetzt hab ich alle drei Sterne, Starcoins, boah, Leute, ey, Sternmünze, was soll das, ey, also, das heißt ja in Wirklichkeit, Starcoin, ey, naja, muss ich mir aus dem Kopf schlagen, ne, Sternmünze, ey, so, Leute, das, das war's dann mit Welt 1, also, ich hab jetzt alle Levels, ähm, von Welt 1 schon durchgezockt, und, ja, eigentlich, äh, ja, wollte ich mit der Kanone, also, naja, ähm, wenn man halt den Panzer da im Level benutzt, und da an dem Secret, äh, das, also, da, wo die dritte Starcoin ist, und, ja, ähm, ich hab das noch korrigiert, das Level, und, also, ähm, vom Tower, und, ja, es ist jetzt halt keine Bugs mehr, ähm, die da vorne sind, also, ja. Ja, so, dann geh ich jetzt mal bei Welt 1, äh, Welt 2, Leute, ja, es geht weiter, und, ja, bleibt gespannt, wie es denn so weiterläuft, und, ja, so, das erste Level von Welt 2, in Welt 2, so, naja, aber es wird komplizierter, das sag ich euch. Aber, also, der Schwierigkeitsgrad ist wirklich nicht so hoch, ähm, so, das ist ja echt schon fies, schon ist die Stämme zu da, zu nah, ja, Leute, scheiße, ich will da noch raus, und, so, was ist das? Ich hoffe mal, dass ich noch, ähm, ja, dass ich noch kommentieren kann, Leute, weil ich merke schon meine Stimme, dass sie langsam irgendwie aufgibt, also, ähm, ich weiß nicht, äh, hoffentlich. Ach, 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 Leute, ähm, ja, das fällt mir jetzt schon auf, ähm, ja, den kleinen schmalen Weg muss man ja für, ähm, muss man, äh, mit dem Minipilz nutzen, und, äh, ja, also, ja, und, ne, grün, ne, grünrohr, da, müsst ihr halt rein, und, da ist die zweite Starcoin, die versteckt ist, und, ja, nur damit ihr Bescheid wisst, so, endlich Midwaypoint, das freut mich, so, jetzt, nein, aber das war schon, äh, am Midwaypoint, also, das war schon mal am Midwaypoint. Boah, Leute, 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 ey, so, jetzt komm, so, also, wenn man die Sternmünze benutzt, kommen da plötzlich die Blöcke, und, ähm, ja, sicherheitshalber, also, boah, das war dumm halt, okay. So, ey, hoffentlich passiert mir nicht, die, ähm, grad, so, die Dummheit, also, ja, ich weiß nicht, naja, ist leider so, ne, aber, ich muss mich einfach nur konzentrieren, verdammt, ey, ist mir nicht so viel verdammt, ne, so, okay, ja, das ist jetzt, ähm, ich bin ja nicht so gefangen, das ist ja noch, oh man, ah, guck mal, kannst du mal mit dir weg. Boah, shit, bis euch, ihr seid echt nicht gerne gesehen, wisst ihr das, ey, schau, was ging das, ey, boah, nein, jetzt sind die noch zu zweit, ich glaub's nicht, okay, also, boah, ich sollte sich aufpassen, verdammt, naja, da hab ich schon mal gezeigt, ne, was, halt, boah, das war Lack, boah, das ist Lack, ich hab noch den letzten, so, try again, Mein Gott, Leute, ey, ich wüsste, ich wüsste echt nicht, was mir grad passiert ist, ey, ich musste, ja, also, ich musste grad leider wieder von vorne, und, ähm, ja, es war leider dumm gelaufen, ich konnte leider echt nix machen, Das ist, Leute, ich hab es einfach so level designt, ich hab mir einfach, wie soll ich sagen, ja, ich hab einfach direkt loslevel gebaut, also, ich hab halt nicht, scheiß sein, ab, was soll das, Ja, komm, Leute, weg ist es, ey, super, der war mir, der war mir so viel wert, ne, aber jetzt ist der leider irgendwo, keine Ahnung, ja, ich hab den leider verloren, ja, ein Grund zu weinen, ja, ach, da ist doch der, yes, ich wüsste nicht, dass ich den noch irgendwie, Fick dich! Geh mir nicht auf den Sack, du scheiß, guber, ey, meine Fresse, boah, ja, Leute, jetzt muss ich durch, komm, ich renne einfach durch, es soll's, mein Gott, naja, das ist jetzt, äh, jetzt muss ich einfach, Boah, komm, jetzt, einfach springen, so, okay, das ist jetzt das Ende, jetzt, zum Glück, boah, endlich, ja, leider hab ich nicht die ganzen Sternmünzen, Die zweite ist, ähm, war ja natürlich schon ein Versteck, also, ja, an dem Minirohr wisst ihr ja schon Bescheid, und, äh, ja, dann, ähm, glaub ich, Leute, dass ich langsam zum Ende muss, also, weil, ey, ich glaub, dass das schon gering ist mit der Zeit, Ich, ich, ich muss mich beeilen, Leute, ich glaub, ich werd auch das Level noch machen, boah, Leute, ich hab echt genug geraged, also, ich hab echt keinen Bock wieder zu ragen, ey, also, ich hab ja schon bereits angefangen zu ragen, So, jetzt komm einfach ruhig, aber ich muss natürlich die ganzen, ich muss ja wissen, wo die ganzen Sternmünzen sind, verdammt, so, wo sind, so, irgendwo, ja, irgendwo muss, äh, warte ich mal, Leute, Ich, glaub, ich weiß, irgendwo, weil, man muss da oben kommen, auf jeden Fall, irgendwie muss man da oben kommen, verdammt, Ja, mein Gott, ich muss mal nachschauen, verdammt, ey, So, ich hab jetzt, äh, ganz kurz, äh, Level jetzt mal nachgeschaut, also, wo halt, der versteckte Block ist, und, ja, so, dann geht's einfach mal nach oben, ja, also, ich glaub schon, dass da, ähm, ich hab jetzt einfach nur durch, also, ja, mit dem, das einfach Stern hier, So, und, ja, jetzt werden uns wahrscheinlich, so, also, die Kanone, die müssen jetzt einfach nach oben, und, ja, oben ist die Fakon, ganz oben, und, so, ja, das ist die letzte Fakon, Leute, Scheiße, und, ja, ich muss ja wieder von vorne, ist doch klar, ich hab einen Fehler gemacht, Nein, naja, Leute, es gibt ja noch paar, äh, Fehler, die ich noch, äh, nein, Quatsch, ey, Leute, ich kann jetzt echt nicht fehlerlos machen, das ist, und, ja, das ist einfach, Leute, glaube ich euch, Scheiße, Mann, das ist grad, Ja, halt, die sind halt, ich hab's erwischt, also, komm jetzt, nein, 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 Scheiße, ach, Leute, super, der, ähm, weiß noch, die ganzen Blöcke jetzt, Also, Scheiße, ich hab's nicht gehört, also, Scheiße, ich hab's nicht gehört, verdammt, also, Scheiße, ich hab's nicht gehört, verdammt, Äh, muss mal kurz zurück, damit er wieder, ja, es scheint, verdammt, Kein, verdammt, wie viel, was weiß ich, Scheiße, Leute, Mann, das muss nicht wahr sein, ey, Mann, du bist ja, ich hab's nicht gehört, So, ja, jetzt, ich hab's nicht gehört, und, äh, jetzt muss der nach dem Blöcke, da, um ihn zu verstören, So, dann war, naja, was ist das? So, ich hab's nicht mehr, äh, so, schön, Ja, so, jetzt hab ich die erste, glaube ich mal, und die zweite, okay, Scheiße, Scheiße, die erste, verdammt, und die erste, verdammt, Jetzt, wenn ich rausdoke mich, dann geht es, da setze Pause, und das noch ein Hatt, Ich hab's nicht gehört, Alter, aber das ist einfach, moi, bis Aí noch ein Hatt, Oder, bis来, daaausle Es dich er Nãobst бар, ein Hatt, mal, er istedi, ich hab's nicht gehört, Yo, German, Spلك, ja, ich hab's nicht gehört, Wie ein, ich hab's nicht gehört, was könntenl angefangen oder sogar erst, Womouxe, 하나� Person, Nick Bamfall, Wenn ich eigentlich alles geht, Bei Wie ein, L hypotheses gab es, im Kopf, dass die Sternensee hier versteckt ist, wo ich hier unten bin. Scheiße, scheiße, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Scheiße. So, okay, jetzt habe ich alle drei Star-Coins. Ich habe euch auch schon gezeigt, wo die alle sich befinden, ey. Und es ist echt, Leute, ey. Ich mache jetzt das Level noch zu Ende. Und dann war es das wahrscheinlich. Also, Mann, ich glaube, es ist einfach nicht so gut. Oder wisst ihr was? Ich mache noch ein Level dazu. Also jetzt 2 Level 3 und dann mache ich noch. Ja, dann war es das, Leute. Also, dann habe ich wirklich für heute erstmal genug. Und, ja. Ich will einfach nicht, Leute, dass ich gleich... Ja, ich bin gerade... Nein! 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 ja leute wisst ihr was ich habe jetzt mal am besten auf weil sonst ich habe echt keinen bock mehr und ich bin jetzt wirklich auf 180 und ja rage quit auf jeden fall und ja so dann verabschiede ich mich jetzt bei euch und ciao